Kostenlose Bücher Ich habe noch nie einen Mann getroffen, der so unwissend war, dass ich nichts von ihm lernen konnte. Galileo Wo ist der Haken? Du fragst dich jetzt bestimmt, warum die Autoren dir diese Bücher schenken sollten? Die Antwort ist ganz simpel. Die Autoren benutzen ihre Bücher, um auf sich aufmerksam zu machen und neue Kunden zu gewinnen. Sie verschenken ihr Herzstück an Wissen. Viele bieten ergänzend Programme, Hör- oder Arbeitsbücher an. Selbstverständlich kannst du das Buch, ohne all diese Zusätze, bestellen. Einfach meine Webseite besuchen und im Bestellprozess durchklicken. Das Buch ist definitiv kostenlos. Du zahlst nur eine einmalige Versandkostenpauschale, mehr nicht. Probier es doch einfach mal aus und du wirst sehen, es ist einfacher als du denkst und ohne Haken. Ich freue mich sehr auf ein Like von dir und freue mich sehr, 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 wenn du meinen Kanal abonnierst.